Ja, der ältesten Stein, klärt er mit. Ihr habt ihn doch sorgsam behandelt? Äußerst sorgsam. Ist das getrocknetes Blut? Ah, ich glaube, das war das schon. Jedenfalls müsste ich Luzifers Pfad nach Eden nun versiegeln können. Wie versprochen. Geht nun. Und wir sollen diesen Wurm plätten, bevor das geschieht. Noch nicht ganz. Sprecht nochmal mit Samael. Er hat beunruhigende Neuigkeiten. Ah, beunruhigend. Was auch sonst. Ja. 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 der hat den ältesten stein gefunden und sie verstorben wird bald geschlossen doch ich fürchte sein plan dort ist bereits vollendet er hat in einem anderen versprochen einem anderen der selbst ernannte ertrunkene könig erhielt eben durch einen packt er hat bereits mit der läuterung begonnen das klingt doch nicht so übel dagoons läuterung ist eine große flut die die welt ertränkt jedes lebewesen wird fortgespült ein neuanfang um sein königreich aufzubauen und wir sollen diesen wurm plätten bevor das geschieht braucht seinen treuen sturm die flut auszulösen haltet diesen schamanen und zeige folge auf und den plan des ertrunkene königs zu vereiteln weißt du ein teil von mir hätte nichts dagegen wenn eben fortgespült würde und dann kann man aber so ein bisschen schon mal gucken wie viel hier noch kommt oder von den Quälen Quests. Was ist denn aus dem Nebenquest? Werde im Marschrum 25 mal vom Blitz getroffen. Kieb abgefällig. Periere einen von Billiards Angriffe. So, wie viele Steine haben wir denn jetzt? 12.000, oder 13.000. Was sollten wir hier noch kaufen? Das brauchen wir erstmal nicht. Das haben wir gekauft. Das haben wir auch noch nicht. Rätschule und Kerne. Ganz mal nach den Fähigkeiten gesehen. Hey, Reiter. Schleif, Billiard. Ein bisschen Anerkennung bitte. Es ist verdammt schwer, das Zeug an Vulgrim vorbeizuschmuggeln. Blockhunter wäre vielleicht nicht schlecht für dich. Wann block ich denn mal? Ja, gut. Das wäre auch noch. Jetzt mach ich's ja auch. Ich will gar nicht wissen, woher ihr die habt. Ich will gar nicht wissen, woher ihr die habt. Na gut, vielleicht doch. Ich handle immer gern. Hey, Jungs. Was? Du meinst du? Was? Stauda Eder zusammen läuft, oder? Der Marsch. Der Marsch. Reiter! diesen Sturmrufer nicht vor seinem Schicksal. Das muss die Barriere sein, die Abaddon meinte. Suchen wir die Schamanen und bitten sie höflich zu... sich nur den von Überzeugort und die Abaddon abgabe. Die Abaddon alrighten Roboter! ...aber die Abaddon schaue ich ab, geht das Boom. Die Abaddon los? Das war's. So, ein Schamane! Nicht mehr lachen! Wir sollten einfach so ein bisschen ab unsere Dingsfeld gehen. Oh! Komm, komm! Komm! Komm, komm! Komm, komm! Es ist wohl da, ja. Das ist ein bisschen ein Fein, ein Fein, ein bisschen mit der Dorn, das bleibt aber man aber nicht von dem, also man muss mal ausweiten. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich kann nicht mal etwas geworfen. Es ist so cool. Ich bin nicht so cool. Das ist so cool. Oh Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich finde schon bei dem Einsetzen. Das war's für heute. 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 Wow. Oh. Wow. Wow. Das war's für heute. Yeah. Das war's für heute. Wow. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Wow. Wow. Das war's für heute. 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 Oh, man. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.